hallo leute heute möchte ich euch zeigen was meine ganze playmobil familie und halt die ganze stadt macht und dann wünsche ich euch viel spaß bevor ihr das video anschaut könnt ihr noch in der kommentare schreiben ob ihr playmobil wenn man reinkommt und hier ist ja der wohnzimmer hier ist keiner wenn man weiter geht ist da das esszimmer und die küche und die mama nina möchte ein kaffee haben deswegen tut sie jetzt die kanne in die kaffeemaschine jetzt gehen wir mal rüber zu annies zimmer annie spielt gerade mit ihrem teddybär und jetzt gehen wir mal hoch zu die dreht nur ein youtube-video spiel mit mir apps und games aufnehmen spiel mit mir apps und games aufnehmen tisch dort hat sie schon ihr laptop wo sie spiel mit oder irgendwelche apps ausprobiert hier hatte noch einen guten stuhl der gut dazu passt ein radio wo sie vielleicht hintergrundmusik anmachen kann da muss ich vielleicht nicht bei der bearbeitung rein machen und natürlich die kamera damit das hier gesicht sieht und dann also ihr wisst schon wenn ihr nicht wisst was es was ich meine dann klickt schreibt mal bei youtube bei der lupe spiel mit mir apps und games dann seht ihr was ich meine hier kommen wir rein im einkaufszentrum ähm der vater möchte für seine tochter eine überraschung kaufen nämlich so eine puppe die ähm seine tochter immer mal haben wollte weil sie halt als geburtstag hat und deswegen kauft er sie dann abteilung tierenabteilung wettenabteilung hier ist janis und dort ist die mama und sie erklärt ihr ihm dass im einkaufszentrum verboten ist irgendwelche fahrzeuge zu fahren am meisten kein skateboard hier also das ist bettabteilung und sowas hier kann man ein fahrzeug kaufen hier ist die kasse und diese familie fragt jetzt ob es noch tomaten gibt was ich hier in der essabteilung hätte ich schon gesehen und er sagt nee hier sind opa und tante die schauen sich hier das an das wohl ja und da ist melissa und oma und die schauen sich peruken an weil bei fahrzeugen kommt nicht in echt aber bei ihnen kommt es bald fahrzeugen oder einfach so zu verkleiden hier ist ein künftchenabteilung hier ist nix jetzt möchte ich euch noch zeigen was meine schwester macht sie hat nämlich auch ein so dass meine schwester freunde seit dem ersten tag und seine schmerzen hat und sie spielt ein bisschen playmobil sie räumt noch alles auf das war so schön all die zeit und momente die sie verbrachten waren von schreitlichkeiten braucht man nicht reden weil es die kaum gab sie konnten sich vertrauen denn